so was machen wir was machst du wie geht's dir alles gut bestensküche gewürze sind online gewesen sind online was rede ich da leute die sind immer noch online erste link in der video beschreibung geht drauf lasst liebe da hört auf zu schreiben ja die sind voll teuer oder sonst was er leute ich sage euch mal ihr denkt euch okay acht euro plus versand fast zehn euro voll teuer das ist eine sache von uns wir machen so viel für euch videos dies und das es wäre ein danke von euch und zu sagen weil jedes mal jedes mal jedes mal fragen die leute der mani war wie sind die der mani war jetzt könnt ihr probieren und einfach mal gönnen auf jeden auf jeden Ich habe mich an, wie Sie auf der Video gemacht haben. Ich habe einen Video gezeigt, dass ich auch in die Instagram-Cache einleitete. Wir haben auch viele Videos und wir haben auf Instagram. Ich habe einen Link in die Hymne und ich habe auch einen Link in der Hand bekommen. Sie können auch einen Linken und Hymne machen. Wir haben auch einen Linken und einen Linken geschrieben. Wir haben einen Linken und einen Linken. Und wir haben auch einen Linken. und wir haben einen Linken. Ganz einfach an die ganze Familie, gönnt einfach von Herzen. So, ganz einfach. So, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach. Jetzt kommt jemand vieles an Nuttella und kommt eine neugierende Geschichte. Mehr dazu. Das ist doch Herr sich. Ich sage immer, dass ich ein recept oder ein recept々々 machen kann. Aber die Räte werden dann in diesem Video machen. Hallo Debra! Das ist ein Nukhals. Das Name ist ein Nuttella. Das nenne wir auch hier, jetzt bitte. Wir haben eine große Teile mit den Nutella-Sieker. Die Nuss sind in die Kschärde, aber es gibt auch noch viele Teile. Wir nehmen hier her. Wir haben ein paar Gramm der Nutella-Sieker, und wir geben das Tügel ganz schön. Das ist natürlich so. Wir geben das Tügel. Wir haben die Nutella-Sieker, und wir geben das Tügel. Wir geben das Tügel. Und wir geben das Tügel. Wir geben das Tügel. kannst du wieder bitte ein bisschen mehr deutsch reden und Drei, ich habe meine Frau mit etwas dazu, dass ich meine Kondensmilsch ein. die Kassel habe es mit einem Milch und Milch. Milch und Milch, Milch und Milch. ua ist es mit hohem Schrocken mit dem Milch oder Kondensmig ein. Hier sind wir in der Hälfte und mit dem Milch leuk und chenken. Es kommt, uns ein guter Z sometime und um die Nutella geben. Und dann wiratyr die Kantein das damit, damit wir uns nicht die Nachdenken kennenlernen und mit einer Kantein-Kantein zu können. Hallo, hallo. Herr Kr美元, das ist eine Kase. Die deutsche Türen, die Böden als Kackala in der Milch, den Rezept und die Kackala. Der Rezept wird auch in der Videobeschreibung stehen. 50 gramm kakao 70 gramm kakao 140 gramm kakao 140 gramm kakao C痝 70 gramm kakao 100 gramm kakao 140 milliliter noch mal das ist das mit ein einmal 140 milliliter 140 milliliter so 170 180 milliliter milch 180 milliliter milch 180 milliliter milch 100g 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 und 100g das war bestens Küche ein malrezept habt ihr gesehen das war es allein zwei minuten das war jetzt 2 minuten also die Die Milch ist schmeckt, wie es noch 50 bis 50 Liter gibt. Das sind schon 80 bis 50 Liter. Die sind also 250 Gramm in der Mischmischung. der Schrauli Dragon Endlich Du mögst der Entschuldige Komm schon Wenn ich episode liege akkab Kau das ist schon fertig heute morgen wir haben es gerade erst 13 uhr nicht diese nüsse die wir jetzt haben gerade eben hast du sie hat diese kleinen gehabt so ja ich bin auch wirklich sehr sehr lecker so benauern auf jeden fall Tee das riecht man schon jetzt haben wir Wasser ich will nur den Duki machen ich fahre nicht gerne machen aber in die Kamera gehen wir noch ein bisschen Wasser dann können wir das Wasser so siehst du mal das Farker ich will den zweiten Schritt Salz und eine Nive Zeit und dann können wir es wieder dann können wir das nefte Öl ich geh da an den Alkohol und dann es mixt du jetzt als erstes oder was ich glaube das da Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Sie ist bei uns der Briegel? Die Briegel ist klar, dass es ein bisschen die Wälder gibt. Das ist qui, wenn wir uns in die Kühe noch einmal ausfüllen, ich würde noch mal gucken. Das ist möglich. Wenn wir das alles tun, dann aber wir machen. Der Briegel ist ein bisschen mehr und mehr als ein bisschen mehr. dann sagt doch kondensmilch heute spielt bayern münchen defy pokal gegen freiburg glaube ich was meinst du wer gewinnt mama gewinnt heute geschrieben wird seit tag ist ja ich bin mal herrn hm seit frühjahr waha buja ach seht also leute wie ihr seht alles dann rein ja und ihr habt gleich nutella und das wird gleich nutella passieren nein ich schlie mit der kassida kalibaschimil hafchen und noch die nutella ja jetzt wir haben ein paar noch mal wir haben die röntgen einmal sauber machen ja damit auch das was da ist auch gemixt wird genau diese kakao am kevin siehst du hallo chivo das ist ja das ist ja es war der rei es war der rei Ich würde sagen, Mama, einmal von da bitte hier rein machen und wir schauen uns mal dein Nutella. Selbst gemachtes Bestes als Küche Nutella. Wir nehmen die Gärme und die Gürtchen. Wir nehmen die Gürtchen mit den Gürtchen. Wir nehmen die Gürtchen und die Gürtchen. Das ist eine große Leistung. Wir nehmen die Gürtchen mit den Gürtchen. warum die Pfannek? Also die Pfannek. Wir beginnen die Pfannek. Wir werden noch anаемstet die Pfannekappe. Was wir sagen? Wir kommen jetzt zu den Pfannekabern und die Pfannekappe. Deshalb immer wir hier die Pfannekappe. Wir werden nehmt, die Pfannekappe. Wir werden mit einer kleinen Course schicken. Wir kommen los zum Zirrb und schicken. so jetzt geben wir die croissant von gestern und heute brä so hier haben wir croissant ja na klar warum meine hand meine hand hier die seite Was machst du da? Das ist so. Was ich mache. Das ist meine Freude. Was soll ich sagen? Das ist einfach so. Das ist so. Wow. Dann wird noch fester. Wir halten hier auch fester. Das ist alles. Sie können das alles machen. Sie können die Krabbe nicht machen. Und? Das ist gut. Das ist eine große Zwiebel. Ich mache das Peckchen. Ich mache das Pfeffer. Auf jeden Fall. Sie sind alle Zwiebel und das Teckchen? kommt immer ganz kurz muss man neben dem brot hin kurz einmal was den zuschauern zeigen was sie sich bestellen können für ihre wohnzimmer auch leute unter diesem video ist der link von diesem von dem brot anter wenn ihr in der nähe wohnt liefert ihr nach hause wenn ihr weiter weg irgendwann steht ihr bestens küche 100.000 abonnenten aber wann 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 ich hoffe das video hat euch gefallen lasst liebe da das war selbstgemachte nutella auf besten als küche art wirklich sehr lecker und einfach probiert aus leute habt ein bisschen spaß könnt jede uhrzeit machen und ja ganz einfach bevor wir das video beenden leute noch einmal essensküche gewürze das liebe da genau wer sich dieses gewürze bestellt in dem paket ist ein link drinnen auf einen zettel da geht ihr mit dem handy rauf scannt einmal den code und ihr kommt auf jeden fall auf ein besonderes video wie man dieses gewürze benutzt